Moin sind's YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Agrarians Guys! Mit dabei ist wieder der liebe Andre. Ich hab grad irgendwas auf mein Schwert gekriegt und irgendwie ist der Sound grad ein bisschen leise. Options... Was hab ich denn jetzt auf mein Schwert gekriegt? Behanding! Behanding ist doch... Beheading! Beheading! Köpfe! Geil! Super! Ich hab Beheading 3 auf mein Schwert mittlerweile. Was? Ach du Scheiße! Können wir immer Köpfe stapeln oder so? Ich hab da nur Notback, Beheading 3 und Sharpness drauf und ich hab das jetzt auch Master ne? Ich krieg da nichts mehr an Modifier drauf. Das ist so unnötig ne? Du hast so beschissene Sachen drauf gekriegt. Ich hab 30% Chunked auf Kopf ne? Ich geh nur auf dein Schwert, aber drück mal Shift und mal gucken wieviel du hast mit 1. Jo. Ähm... Bonus Head 0,5 bis 1... Ah ne... Bonus... Versus Undead. Ne... Behead 10% 10% 10% 30% Pfff... Einfach dreimal so viel. Hm... Was schwertest du denn ganz geil aus? Ich weiß wieder was ich machen wollte. Noch ne Diamantkiste. Pfff... Wir haben's ja... Wir haben ja nicht noch Ahnung. Wir haben ja auch noch Kisten irgendwo ne? Jetzt auf jeden Fall wo wir eine Kiste haben die man abbauen kann. Mit unserer Cobblestone Farben hier ist ja jetzt etwas über ne? Ja, viertel zu später. Ähm... Ich hab mal ein... Ein Singleplayer ausprobiert wie... Auch wie viel man das machen kann ne? Mhm. Das sind über 8.900 äh... Ein paar kaputtes Decks. Hm... W-w-womit was? So hoch... Ja die Bevel kannst du so hoch äh... Pushen. Jaja das ist abnormal wie hoch die Bevel... Auf über 8.900 Stacks. So krank ne? Du hast irgendwie 500.000 Kabel nachher drin. So zack zack. Das wieder... Uäh... Das wieder weglegen? Lol das war doch da drin. Du hast halt nie mit rein. Naja egal. Weil diese Hühnchen ne? Diese Hühnchen können einem ziemlich auf den Pist gehen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal genug Material um irgendwas zu machen. Deswegen mach ich gleich mal die Export- und Import-Bass und so für das ME System. Und dann halt ballern wir. Dann ballern wir richtig. So Dolly. Hätte dir erzählt dass man... Mh... So ein... Äh... Ähm... Ritual machen kann mit dem Blatt im Headshake wo du wie Knochenmehl isst ne? Dass man in der Nähe davon mit sein muss. Mh... Weißt du was du da alles für brauchst? Dinger so teuer ne? Ich glaub groß können müssen. Drei Ernte, zwei Planter und zwei Dünger. Düngermaschinen. Das ist so unnötig weil wir auch nicht noch die Mobfarm haben ne? Mh... Mh... Dezent. Alter! Hier sind drei Stacks Redstone plus sechs drin. Wtf... Ich glaub... Ich weiß was ich mache. Energiekabel! Meinst du dass dir dann nur oben mal angeschlossen wird? Mh... Dass die Anlage nicht mit Batterie läuft. Mh... Und dann will ich eigentlich auch die Teile die ich da aufgebaut habe... Diese... Ah wie heißt die... Pulverizer und so diese Maschinen würde ich eigentlich verlagern zu dem Raum wo die Dings drin stehen. Hier die... Hä? Die Dings sind... In meiner Erachtensweise die 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 die... Öfen... Öfen... Ich komm auf den Begriff. Ich bin schlau. Ganz ganz schlau. Ich baue diesen blöden Vakuumhopper hier mal ab, ey. Ich zieh den nämlich nicht in alles rein, ey. Loll! Okay, der Vakuumhopper war da gar nicht so dumm, dass er da war. Zack, egal. Das tut auch kein Wasser raus. Mh... 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 Ich bin schon wieder so... Dumm voll, ey. Ich wollte... Ich wollte... Äh... Energieleitung machen, genau. Ener... Energieleitung. Die da. Mit Lid und... Oh, Glas. Glas geht knapp, ey. Mh... 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 Faktor, war schon viel zu viel. Oh, du Red Stone... Zack! Rreichen wohl 60 Kabel? Ich glaube nicht, ne? Könnte. ìDas hat ich dir direkt internales Enderman. Hätt ich weggepeult. und wir ständig was essen das zum kotzen ich hoffe mal unsere unsere dinger packen das aber wohl ja die müssen das eigentlich packen die sind eigentlich richtig gut die packen auf den dauerbetrieb von den einen teilen hier soll ich auch mal die sachen machen die du brauchst für lava also dass die sich für diesen lava kristall oder machte mit kohle wenn du was brennen willst wie meinst du wenn ich was brennen will dann mache ich mit kohle ist egal aber ich habe ja diesen blatt magic diesen lava kristall mal gemacht nicht runter springen aber so knapp so bleibt im leben nein ich meine ich nicht mich ich meine den slime der hier auf unserer insel gespawnt ist ich habe jetzt auch gekriegt aha attack 4 der macht nur vier schaden dieses scheiß schwert ne vier hearts ok 4 sind 8 na gut aber skill level adapt smite behinding lifesteal ich habe lifesteal darauf richtung das schwert das ist geil das ist mehr als geil alter die eine kiste ist auch schon der halb voll nein ich habe da keine zweite diamantro hingestellt nein will ich niemals machen sowas so ich erst was aus was ich gesehen habe zack 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 nur davon ein paar zack wie das jetzt funktionieren er muss auch strom haben genau strom lol 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 wenn das mit allen materialien funktioniert dann wäre es echt sowas von geil ja der autopecker funktioniert hast du zum laufen gekriegt ich glaube der kann nicht aus diamantruhen ziehen oder so das kann sein dass er nicht auf mod sachen reagiert alles wieder raus fischen wieder hier in die truhe tun dann müsste jetzt halt nur mal gucken aber vielleicht auch funktioniert wenn man da die materialien neben stellt dolly wo habe ich dich dolly brauche ich doch dolly brauche ich heute ist immer kaputt ich will ich gut gut ruhe nicht abbauen zack zack lol block auf kohl er zieht die auch aus der truhe aber ich mache er macht jetzt auch kohle blöcke und sowas und diamant blöcke und smarag blöcke er zieht auch aus dir dann müssen wir einfach jetzt mal hier den pool abbauen und das davor stellen dann haben wir automatisch so ein ding was das ist direkt zu verwertbaren normal sein materialien macht egal ist das dann bitte ich glaube jetzt hier ein bisschen dunkel ne f7 na geht noch was ist das denn block of block of gunpowder oh super gut Der packt halt alles was er, was er, was er kriegt. Die Wrench hab ich auch dabei. Die Kiste mal kurz. Lol. Die Kiste kann man nicht drehen, dann muss ich den Dolly für benutzen einfach. Und das Ding dann drehen? Ja, das Ding kann man drehen. Perfekt. Ich mach die Maschine nochmal kurz aus. Und lass ihn erstmal komplett leer werden hier. Achso, ich wollte grad schon sagen, hier funktioniert es jetzt nicht. Aber natürlich funktioniert das hier auch. Braucht nur Strom, ne? Er macht einfach Glowstones und sowas, ne? Na gut. Schon. Das ist ganz geil, ja. Das ist ganz geil. Ach, komm. Ich glaube, ich weiß auch, warum das bei dir nicht funktioniert hat. Was? Das mit dem Block, dem Teil. Mit dem Päcker? Mhm. Die Kisten müssen in eine Richtung zeigen und mit links und rechts an den Seiten an dem Ding dran stehen. Die dürfen nicht irgendwie random an dem Teil dran stehen. Okay. Was? Die kann man auch zu Blöcken machen? Block of Amber. Nice. Ja gut, den Rest kann er nicht zusammen machen. Ich habe noch eine Trüe, ja wohl, ich habe noch eine Trüe dabei. effekt und der macht auch eine rasende geschwindigkeit einfach aber übelst den strom okay wir jetzt auf dauer läuft eigentlich aber naja gut kann man ihm noch verzeihen dolly so block of quads ja nie ist klar guti dann brauche ich jetzt einen fliegetrank obwohl er eigentlich ah shit ist hier irgendwo sand vielleicht nochmal gestaut oder so das wäre natürlich jetzt geil dass das das alles mit dass der sich gestaut hat schade sand sand auch noch mal einen sand wow hier fällt mir sand gestaut sand jawohl da war noch ein bisschen hat das wieso laufen die dinge nicht mehr habe ich die ausgemacht die ausgemacht ja klar gut gut das kann auf jeden fall heiter werden das jetzt schon wieder von iron ore und iron dust schon wieder jeweils ein stack drin ja geil gute guti dann hole ich mir den fly potions dabei der nächsten folge und sag hier erstmal wieder danke fürs zuschauen lass eine kleine bewertung damit es nicht gefallen hat und schaut euch beim nächsten wieder rein bei minecraft agrarians guys ciao ciao Ciao. Ciao.